Hey Leute, ich bin's Kakashi von numikakashi.tv und das wird hier nur eigentlich ein kleines Infovideo. Und zwar in den nächsten drei Tagen, so haben wir gerade keine Zeit irgendwie was hochzuladen oder so. Aber auf jeden Fall, da wir jetzt schon seit längerem über 50 Abonnenten haben, also um genau zu sein haben wir jetzt 54, wollten wir ein kleines Abonnentenspecial machen, 50 Abospecial halt, aber wir machen jetzt nicht irgendwie so ein riesiges oder so, sondern ein kleiner, ich weiß nicht, Tim macht vielleicht so ein schweizerdeutsches Commentary und ein Dual Commentary, Funny Moments, Swantage, vielleicht ein österreichisches Commentary, man sehen. Und ja, das war's eigentlich, bis zum nächsten Mal, ciao!